Mit JTL WMS verwalten Sie komfortabel Ihr gesamtes Warenlager. Ihnen stehen diverse Lagerplatstypen und Arbeitsbereiche zur Verfügung. JTL WMS ist beliebig skalierbar und wächst mit Ihren Anforderungen. Hochregallager sind ebenso möglich wie Regale mit vielen kleinen Fächern. Lagern Sie mit JTL WMS beliebig viele, auch unterschiedliche, Artikel auf einem gemeinsamen Lagerplatz. Entsprechend kann ein Artikel auf mehreren verschiedenen Plätzen liegen. Alle Bestände sind zentral und lagerplatzgenau in JTL WMS erfasst und auch über JTL Wavi in Echtzeit verfügbar. Wir empfehlen für den Einstieg in JTL WMS eine Initialinventur durchzuführen. Sie zählen einmal den Bestand aller Lagerplätze. Die Inventur kann auch in mehreren Schritten und mit mehreren Mitarbeitern parallel erfolgen. Je nachdem, ob Sie eine Endjahresinventur für Ihr gesamtes Lager, eine Stichtagsinventur für bestimmte Lagerbereiche oder eine permanente Inventur wünschen. Mit JTL WMS können Sie die Inventur flexibel an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Aufgrund der barcode-gestützten Inventur direkt am Lagerplatz gehören Fehlbestände der Vergangenheit an. JTL WMS warnt mit akustischen Signalen, wenn Sie einen falschen Artikel scannen. Im Wareneingang identifizieren Sie Ihre Artikel eindeutig und haben so die volle Kontrolle über Ihre Lieferungen. Für Artikel ohne eigene Barcodes haben Sie im Wareneingang die optionale Möglichkeit, Artikeletiketten zu drucken. Ihre Mitarbeiter bringen die Artikel später auf die gewünschten Lagerplätze. Sie haben auch die Möglichkeit, die Waren direkt von den Paletten auf den richtigen Lagerplatz einzulagern. Sie können reservierte Artikel bereits im Wareneingang in Versandboxen vorkommissionieren. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie erst nach einer Kundenbestellung Ware bestellen. Aufträge, die nur aus dem aktuellen Artikel bestehen, können direkt aus dem Wareneingang versandt werden. Dazu öffnet sich automatisch der Easy Shipping Dialog und JTL WMS druckt die Versanddokumente, das Versandetikett und versendet eine E-Mail an den Empfänger. JTL WMS bietet Ihnen drei verschiedene Versandprozesse. In jedem Prozess nehmen Sie durch stark konfigurierbare Picklisten Einfluss auf die zu pickenden Artikel und werden wegoptimiert durch Ihr Lager geführt. Easy Shipping ist der optimale Versandprozess für alle Händler mit vielen Bestellungen, in denen nur ein einzelner oder sehr weniger Artikel enthalten sind. Aufträge mit nur einer Position können sogar mit einem einzelnen Scan sofort versandt werden. Der Versandboxenprozess sollte von Händlern gewählt werden, die häufig Bestellungen vorkommissionieren oder Einzelstücke für eine Kundenbestellung reservieren müssen. Die Artikel werden vor dem Versand in einzelnen Boxen gesammelt. Jeder Artikel muss nur einmal gescannt werden und kann dann in die dazugehörige Box gelegt werden. Jede dieser Versandboxen enthält die Waren für genau eine Bestellung. Sobald eine Box vollständig gefüllt ist, wird die dazugehörige Rechnung automatisch ausgedruckt. Die Bestellung kann nun verpackt werden. JTL WMS druckt automatisch den Lieferschein und das Versandetikett aus und versendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den Empfänger. Die rollende Kommissionierung eignet sich hervorragend für Händler mit vielen kleinen und handlichen Produkten. Auf Kommissionierwagen mit vielen kleinen Versandboxen können so viele Aufträge zeitgleich gesammelt und im Anschluss sofort versendet werden. Die Artikel werden direkt am Lagerplatz gescannt und der richtigen Box zugeordnet. Sie können Ihr bereits vorhandenes Ladenlokal mit wenigen Handgriffen in die Umgebung von JTL WMS integrieren und Artikel direkt über das angeschlossene Postkassensystem verkaufen. Die Bestände und Warenausgänge stehen Ihnen in JTL Wawi und JTL WMS in Echtzeit zur Verfügung. JTL WMS ist beliebig skalierbar. Es lassen sich ohne weiteres neue Lagerplätze, Ladenlokalplätze, Kommissionierbereiche, Versandboxen, Parkplätze oder Kommissionierwagen in den Prozess integrieren. JTL W emmer зап Vielen Dank.